Hallo Leute! Willkommen zurück zu der Let's Bay... Sag mal, mir fällt der Name des Spiels gerade nicht an, das ist ja der Wahnsinn. Hallo Leute! Willkommen zurück zu der Let's Bay Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Im letzten Part haben wir die Abteiruine hier, beendet den Boss drin, vernichtet und jetzt müssen wir hier eigentlich nur noch irgendwie... ...den Weg rausfinden. Warum ist sie... Ah, die sind vergiftet, deswegen. So, dann wollen wir das doch mal kurz... ...da kurz entgegenwirken. So. Gudi. Ich wusste gar nicht, dass hier jetzt noch Gegner kommen, okay. Sag mal, musst du mal bei mir im Weg sein? Geh mal weg da. Die Viecher nerven, dass die immer so von links nach rechts fliegen. Ui! Hallo, 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 ich will doch nur kuscheln. Komm her, komm her, komm her. Ich will doch nur kuscheln, komm her. Ui! Ein Metallschleim. Der flieht doch wahrscheinlich eh wieder, aber... ...versuchen kann man es ja trotzdem. Oh, er bleibt da! Er bleibt da, er bleibt da, er bleibt da. Jetzt bin ich gespannt. Nicht getroffen. Zwei KP Schaden genommen. So, jetzt bleibt da. Jetzt hätte ich ihn fast gehabt. Naja. Der hätte jetzt ordentlich Erfahrungspunkte gegeben. Ich hätte ihn fast gehabt. So, ganz wichtig sind jetzt, glaube ich, hier die Fässer, weil ich glaube, da müsste eine Mini-Medaille drin sein. Genau. Und hier kommen wir später im Spiel gar nicht mehr hin. Deswegen ist es, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die zu bekommen. Na nu. Ich schaff's nicht. Dieser Narr... Okay, sie sind niedergeprügelt worden. Hätte ich mir den Umweg gar nicht machen müssen. Ui, 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 ui. Ja, dieser Narr hat sich auch über ganz Normalfall, als sie hier angekommen ist. Aber dann ist er plötzlich ausgeflippt. Er hat angefangen hysterisch zu lachen und ist hochgerannt. Zur Kampfer des Heiligen Vaters. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten. Aber selbst zu dritt. Ja. Das Problem ist, ich hab jetzt zu dritt auch keine Chance gegen den. Das war's für heute. Es war nicht wirklich so. Es war zu dritt. Ich glaube, da hat man jetzt zum ersten Mal das Gesicht von ihm gesehen. Welche sinister Präsenz, die in der Luft fliegt. Und wer bist du? Wollt ihr mit mir sprechen? Wo sind sie? Es sind sie! Du wirst sie verraten, zu versuchen, Abbot Francisco's Leben zu nehmen. Was auf der Erde ist? Was ist passiert? Abbot Francisco, Captain Marcello, in deinem Service, wie immer. Ah, Marcello. Sag mir, was ist passiert? Es hat eine Branche von Sicherheit. Viele von den Garten wurden wirklich verletziert. Was? Ich dachte, dass du in Gefahr sein könntest. Ich bin sofort gekommen. Und sicher genug, wir haben diese Kriminale getötetet. Sie haben sich über die Abbot seit dem Mittagessen. Es scheint, dass wir gerade in Zeit sind. Ich danke der Gottes, dass du sicher bist. Warte, diese Leute sind keine Kriminale. Warte, Herr Heiliger Vater. Sie wurden verletziert. Sie sind verletziert. Schau mal in ihre Augen. Sie sehen ihre pure Hörungen. Diese Leute sind verletziert von nichts. Aber... Aber... Sehr gut. Aber wir müssen wissen, was sie hier in deinem Haus zu tun waren, so früh am Nacht. Ich mag das Lächeln in Marcellos Gesicht nicht. Ich mag das Lächeln in Marcellos Gesicht nicht. Ich mag das Lächeln in Marcellos nicht. Dann, das ist ja auch nicht. Jetzt schauen. Wir haben nichts getan. Ja. Wir haben das gesagt. Wir haben das gesagt. Es war dein Mann, der uns vertreten auf den Abbot. Welche Recht haben Sie sich hier Sweating geben? Der Abbot ist zu verleggen. Wenn du inni, dann wird das ich meine Männer klimale attackiert. Ich, auf der anderen Seite, bin ich nicht so entschuldigend. Du wirst mich nicht schuldig, also nicht versuchen. Du wirst ein... Wer ist das? Du hast mich für mich, Kapitän. Komm her! Ich habe eine Frage zu fragen. Aber es gibt noch etwas anderes. Wir haben gerade diese Intruders in den Abboten. Sie haben versucht, seine Leben zu nehmen. Sie haben sechs von meinen Männern. Sehr gut. Der Problem ist das. Meine Beobachtung ist Wasser-Tight. Ich bin sicher. Es ist kein Weg für ein Outsider in der Abbe. Ich bin sicher. Obwohl sie in der Abbe. Obwohl sie das in der Abbe. Und Sie glauben es? Wenn wir sie in der Abbe. Wenn wir sie in der Abbe. Wir haben diese Ring. Templar Angelo. Wo ist dein Ring? Show es mir jetzt. Wenn du es hast. Wenn du es hast. Es ist. Es ist. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin Widerspruch. Du kannst mich in meine Schambers finden. Wait! Wir sind nicht hier fertig. Okay. Ich werde ihn später mit ihm sprechen. Erstens, erstens. Du hast genug Zeit verletzt. Nicht versuchen meine Patience. Ich will Antworten. Was hast du mit dem Abbot getan? Confess. Wie viele Mal haben wir euch gesagt? Wir haben nichts zu verabschieden! Was ist das jetzt? Wir haben einen wunderschönen Monster loiteren in der Abbey! Was? Welche Art von Monster? Man darf da sein, woher we は? Huch! 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 Was im Entwurf glaubst du dieses Ding? Juhu! Genghis, Jessica! Was sind alle hier dann? Du bist so lange weg. Ich hatte eher Angst. Also habe ich einfach entschieden, dass ich dich in diesem... Also, dieser Monster ist ein Freund von deinem, dann. So viel für deine pure Hörte. Was ist mit dir? Ich bin ein Handler, du insolent Ruffian! Geh ihn aus mir! Oh! Du bist in Liga mit dem Monster. Du hast vielleicht den Abbot Francisco gefeiert. Aber du hast mich nicht. Es war der Monster, der dich versuchte, um den Ring zu stehlen und den Abbot zu infiltrieren. Was ist das? Du versuchst es, Heathens. Ich dachte, du könntest die Menschen schreien, indem du den Abbot zu töten, oder? Mache sie ihre Hoffnung zu fragen. Und dann gehe ich in und nehme Kontrolle, ich denke. Leg es dir ruhig so zurecht, wie es dir passt, Marcello. Das ist schon okay so. Religion tut nichts anderes. Geh diese Mönstrositäten in den Zellen! Komm, dawn, morgen. Ich werde dich getötet haben. Vielleicht dann wirst du dann wissen, die Gravität der Schäden, die du verletzt hast. Geh diese Mönstrositäten in den Zellen. Bis zum Sonntag. Schau gut. Wahnwitzig. Das ist ein bisschen schwierig bei ihm. Was für eine Frechheit. Wir haben nichts verbrauchen. Lassen sie raus. Ich bin kein Ungeheuer. Ich bin ein König. Verflixt soll es sein, diese Tempelfritzen. Hat keinen Zweck zu schreien. Wir müssen unseren Verstand anstrengen, wenn wir aus dieser Zelle raus wollen. Wöchtet er nicht sein? Ähm... Doch! Ich hab voll die gute Idee! Rumrennen! Shhh! Niemand kommt! Guten Abend, alle. Ich bin froh, dass ihr alle so gut seht. Ah! Komm her, du! Jetzt, jetzt. Kontrolle deinen Tempel. Ich muss entschuldigen. Vorher. Vielleicht, dass ihr das als Conciliation. Was seid ihr auf? Die Gäuze auf der Gäuze wird hören, wenn wir jetzt sprechen. Ich werde später erklären. Komm her. Folle mich. Die Gäuze sind voran. Ich habe keinen Ton vor sich. Niemand hat einen Ton vor sich. Okay? Die Gäuze sind voran. 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 Okay. Die Gäuze sind voran. Nein. Das nicht. Ich bin ganz süß. Wie gesagt. Was ist dein Spiel, ey? Erst du griffst uns für etwas, was wir nicht getan haben, und dann kommst du uns und hilfst uns. Entschuldigung, dass ich dich verwirrt habe. Die Leute hier haben ein bisschen eine Vertragsprobleme mit mir. Ich konnte nicht für dich vorhin aufhalten. Die Leute, die dich überrascht hat, Marcello. Er hat mich lieb. Das ist warum ich ihn in den Häusern hatte, bevor ich dir helfen konnte. Das ist alles gut und gut. Aber du wirst noch nicht uns von Adam wissen. Nichts, du wirst uns mit uns befreundet mit diesem alten Monster, ey? Du bist einfach bereit, um uns zu lassen, oder? Das ist wahr, ich nicht mehr über dich. Und ich war nicht da, als du warst, aber ich weiß, dass du die Abboten hast. Denn vor allem, bevor du dich in die Interrogation gekommen bist, das schreckliche Gefühl, das in den Luft geflogen ist, ging weg. Ich muss dich dafür bedanken, dass ich das nicht so gut bin, dass ich dich ausfüllen würde. Und auch nicht, ich konnte nicht nachher, während eine Frau in der Probleme war. Marcello ist ein ziemlich talentierer Inquisitor, du kennst. Das führt nach außen. Medea! Meine Medea! You're safe. Were you lonely without me? There, there. It's all right. We'll leave this horrible place at once. The princess and I will go on ahead. Make sure you're not too far behind. The princess? Whatever. Come on, let's go. You'd have to work pretty hard to mess up your escape from here. Anyway, I'm sorry for all the trouble. So, this is farewell. May the goddess watch over you on your journey. Das wird schon alles schief. So, liegt denn hier noch irgendwie was? Nein, okay. Herr Sänkel. The bridge. Is the whole Abbey on fire? Surely that Jester didn't come back again. Oh no. I've got to save the Abbey. Und, ja. Es brennt. Anscheinend ist er wieder zurück. Wir wissen es noch nicht. Deswegen rennen wir jetzt einfach mal schnell hinterher. Wie sieht es eigentlich vom Level bei mir aus? 263 braucht er noch, damit er ein Level abbekommt. Ich finde es übrigens cool, dass die Musik jetzt auch gleich so bleibt. Ist gerade einfach ein bisschen passend. Geh weg, 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 geh weg. Lass mich in Ruhe. Dass die alle immer gleich zu mir wollen. Oh. Was ist denn hier los? Habt ihr es gehört? Irgendein Reisender hat doch glatt die Abtei im Band gesteckt. Es war natürlich nicht aus dieser Gegend. Okay. Keine Panik. Es ist nur ein kleines Feuer in der Küche. Das haben wir gleich gelöscht. Ein kleines Feuer in der Küche. Das habt ihr gleich gelöscht. Okay. Wenn du meinst. Ich wusste zwar nur nicht, dass sie auf einer Brücke kocht. Aber ist okay. Man kann ja auch draußen grillen, ne? Wahrscheinlich haben sie auf der Brücke mit einem fetten Kohlengrill gegrillt. Haben den Grill umgeschmissen. Die heiße Kohle ist auf die Brücke. Und die Brücke steht deswegen in Flammen. Natürlich. Natürlich. Esa presencia sinistra. No, nie sinistra. To pewnie niż to. To puro evil. Jak jak wszyscy demoni z hellu zazwyciły się na... Abbot Francisco! Jest zamknięty z inside. Marcello! Czy jesteś tam? Cholera! Co się dzieje? Nie jest dobrze! Nie nie będzie. Jólon! Czy ty mnie tutaj? Nie ma. Potrzebuję jej pomocy. Jeszcze raz raz, tak? Musimy to zrobić w porządku. Cóż nam się z nimi. Do drzwi są zamknięte z inside. Musimy to zniszczyć. Musimy to zniszczyć. Chodźcie, wszyscy razem. Tak! Tak! Co się stało? Chodźcie z nim. Powiedz mi co się stało. do drzwi. Tak! Tak! Słuchaj! Wysyłaśni! Nie ma, kto to zrobił? Klar, kommen wir mit. Das machen wir schon. Äh, hi. Marcello! Es war alles... diesen Jester. Ich... konnte ihn nicht stoppen. Er ist stark. Aber du kannst ihn nicht. Das ist eine Ordnung. Templar Angelo, schau den Abbot zur Sicherheit! Jetzt nichts steht in meinem Weg! Du darfst einen Finger auf den Abbot Francisco! Don't worry, Marcello. I will be fine. I have given myself to the Goddess. If it is her wish, I am prepared to die. But, wretched sinner, if that is not her wish, nothing you can do will ever harm me. The Goddess will protect us all from whatever evil you can muster. Well, well, what faith you have. Let's put it to the test, shall we? Wait, 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 wait! What? Go blind me! It's been a while, Doom Magus. Ha! If it isn't King Toad, looking as small and ugly as ever. Shut up! Return my daughter and I to normal at once! Do you realize what you've done to my castle? What? Such a pity. It seems fate and your benevolent goddess are both on my side. Yes, such a pity. Poor Francisco. My work here is done! Parting is such sweet sorrow. But, it's true ha-ha-ha-ha-ha-how. Cock- vet . Unter einem wolkenfahrenden Himmel wurde der Körper von Ab Franzisco am nächsten Tag der Erde übergeben. In der Zwischenzeit verschwand Dolmagus wieder zurück in die Finsternis. Marcello, der wie durch ein Wunder nicht allzu schwer verletzt worden war, erzählte allen von den Ereignissen der letzten Nacht. Spike und die Gruppe wurden von jedem Verdacht freigesprochen. Alle bei der Beerdigung Anwesenden empfanden große Trauer über den Verlust des Abtes und selbst der Himmel weinte bittere Tränen. Es regnete bis in die frühen Morgenstunden. Ein neuer Tag brach an. Ah, du bist wunderschön. Ich verstehe, dass ich das vor dem Feier gesagt habe. Aber ich wollte nur sagen, dass alle wissen, dass du insofern bist. Wenn es nicht für dich war, Captain Marcello könnte auch gut sein können. Wir sind alle in deine Schuld. Insofern, der Templar-Kaptain hat dich in seine Bücher gebracht. Wir sehen uns dann später. Nicht vergessen. Wie viele Mini-Medaillen ich abgegeben habe. Oh, das sehe ich gerade zum ersten Mal. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Ja, Dulmegus ist mal wieder entkommen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich liebe Dulmegus. Er ist so großartig designt. Auch wenn es irgendwie trauriger wiederum ist, was uns gerade passiert ist. Allerdings unsere Reise und die Suche nach Dulmegus werden wir natürlich beim nächsten Mal fortsetzen. Und auch noch schauen, was denn Marcello noch zu allem zu sagen hat. Also gut Leute, das war dann mein Let's Play Dragon Quest 8 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.